Und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei unserer zweiten Ausgabe von Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer-Podcast hier beim Telestammtisch. Und wie beim ersten Mal auch hat sich unsere Zusammenstellung nicht geändert. Mit mir an meiner Seite sind die Katharina, hallo Katharina. Hallo, hallo. Und die Theresia. Hallo. Ihr Lieben, der zweite Eberhofer-Film mit der Kartoffelknöbel steht heute an. Nachdem wir ja schon den ersten, wie ich finde, kongenial besprochen haben. Bevor wir uns jetzt aber über den zweiten Teil kümmern. Eine Sache, die hier einfach erwähnt werden muss. Und nur damit ihr da draußen wisst, dass es hier ein Herzensprojekt ist. Die Theresia ist todkrank und trotzdem hat sie sich aufs Mikrofon gezerrt. Und dafür, liebe Theresia, wollen wir ihr Danke sagen. Unsere Fans da draußen, aber auch die Katharina und ich. Vielen lieben. Ich tue alles für dieses Herzensprojekt. Also, ich schleppe mich auch hier hin bei 40 Grad Hitze mit Wärmflaschen. Ist alles drin. Und was wir vielleicht auch kurz erwähnen können. Du und ich, liebe Theresia, wir konnten schon den neuen Reragou-Film sehen. Das heißt, der neu ist der erste. Das ist nur der neue Eberhofer-Film. Aktuell dürfen wir noch nichts darüber sagen, aber weil dieser Podcast eh erst erscheinen wird, wenn der Film in den Kinos läuft, könnten wir rein theoretisch jetzt schon mal sagen, ob er uns gefallen hat oder nicht. Wollen wir das jetzt schon machen oder sagst du nein? Das wäre ein Geheimnis. Das ist das du jetzt auswählen. Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, was jetzt früher rauskommt. Der Podcast oder unser Reragou-Rondez-Vu-Podcast? Schon auch wieder. Also, pass auf. Ich störe mal vorweg und sage, Reragou-Rondez-Vu ist wirklich wieder ganz, ganz toll. Und ich habe ihn erst einmal gesehen, deswegen möchte ich da jetzt kein finales Urteil zu fällen, wo er jetzt in meiner Eberhofer-Top-Ten, nenne ich es mal, steht. Aber er steht aktuell schon sehr weit oben bei mir. Ich höre die ganze Zeit nur, mi, 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 mi. Katja hat ihn noch nicht gesehen. Ja, also ich kann jetzt allen schon sagen, es sind auch nur so viele, dass er mir zumindest wieder besser gefallen hat als Google-Geschwader. Aber eine nochmalige Sichtung schadet nicht. Na, bin ich voll bei dir. Gut, dann hätten wir das auch geklärt und können jetzt unserem Haupterkommen Winterkartoffelknödel. Und wir haben mal wieder die liebe Anna gebeten, uns die offizielle Andungsbeschreibung vorzulesen. Und das wird sie jetzt tun. Und wir sagen schon einmal Dankeschön, liebe Anna. Winterkartoffelknödel. Diesmal hat es der Eberhofer Franz gleich mit einer ganzen Serie bizarster Todesfälle um die Familie Neuhofer zum Tor. Während Olli, besonders aber der Vorgesetzte vom Franz, der Moracek, Ananzur Volklam, heften sich der Franz und der Rudi an die Fersen der femme fatale Mercedes und ihrem Gschmusi am Klaus Mendel. Die Reise führt's bis auf Teneriffa, wo der Franz und der Rudi in einem Romantik-Hotel, eurer Paar landen. Wieder einmal ist ein ordentlicher Stress für den Eberhofer. Vor allem, weil die hauptverdächtige Mercedes am Anno ordentlich an Kupfer umdreht hat. Ja. Und jetzt wissen wir auch, was es geht in Winterkartoffelknödel. Das Jahr, und jetzt bist du gefragt, Theresia, ist eigentlich der erste Roman, ne? Ist der zweite Film, aber der erste Roman von Rita Falk. Genau, sie haben die ersten beiden halt, ich weiß nicht wieso, sie haben sie halt verdreht, also andersherum gefilmt. Und ja, Winterkartoffelknödel ist eigentlich das erste Buch. Deswegen passieren auch ein paar Sachen, die im Buch drin sind, nicht mehr im Film, weil es keinen Sinn mehr machen würde. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ich verstehe, warum sie das umgedreht haben. Es ist wirklich nicht so, als ob jetzt wieder Kartoffelknödel, der Dampfdruckluss, ich verstehe es auch nicht, weil es ist irgendwie leichter, da ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, was sie zum Beispiel geändert haben ist. Im ersten Teil hat halt der Bruder, der Leopold, noch nicht diese thailändische Frau, die hat er wirklich erst im zweiten Buch und somit auch erst eben bei Dampfdruckluss. Und im Winterkartoffelknödel hat er eben noch eine andere Freundin. Irgendwo aus Osteuropa. Und die kann natürlich jetzt halt in dem zweiten Film nicht vorkommen, wenn man halt im ersten Film schon die Familie aus Thailand hat. Also die kommt dann gar nicht vor den Filmen eigentlich, oder? Ja, die siehst du im Film nie, ne? Okay. Ja. Ja, gut. Ich würde gerne, bevor wir uns jetzt um den eigentlichen Kriminalfall drehen, eine Sache mit euch besprechen. Und zwar eine Sache, die uns vermutlich in den nächsten Eberhofer Filmen auch noch begegnen wird. Die mir jetzt aber wieder aufgefallen ist nach der Sichtung von Winterkartoffelknödel. Und zwar, die Reihe versteht es einfach, wie man einen Film anfangen muss. Ja. Nämlich mit einem Knalleffekt. Ich glaube, in der TikTok-Sprache heißt das Attention Grabbing. Ja. Denn, liebe Katharina, was sehen wir denn in den ersten, ja, ich sag mal, 30 Sekunden. Was passiert da? Also, er fangt schon mal damit an, dass der Eberhofer völlig genervt Kinder über die Straße schickt, weil er irgendwie schulot zu spielen muss, weil er sich wahrscheinlich über den Bürgermeister oder so, ähm, weiß ich nicht, nicht eingestellt hat oder irgendwas verhaut hat. Und die Straße an, also die Schlangenautos, der Stau einfach bis fast in die Nachbarortschaft zurückreicht, ähm, weil er halt alle Autos einfach auffällt. Und wenn auch die Kinder noch, weiß ich nicht, 500 Meter weg sind, haltet er alle Autos auf und wartet, bis die Kinder über den Zebrastreifen sind, damit er wahrscheinlich ja nie wieder schulot zu spielen muss. Und dann, ähm, Kap zu diesem Stau halt irgendwo auf der Landstraße und ein einziges Haus auf dieser ganzen Landstraße, links und rechts nur Förder und sonst gar nichts. Und, ähm, ein Mann geht aus dem Haus raus, geht auf die Straße, wo gerade eine Lücke ist, zwischen den Autos und bam, fällt ein Container von oben auf ihn runter. Und das ist der Anfang dieses Films. Ja, und das ist wirklich ein Anfang, den vergisst man nicht. Der kommt wirklich sehr, sehr plötzlich, ähm, es ist sehr amüsant. Und ich glaube, es ist auch, glaube ich, der Anfang von allen bisherigen Eberhofer-Filmen, der mir zumindest am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, ich meine, ich finde, das stirbtes Sound erst natürlich auch sehr gut. Ja, aber sie schaffen das, wie gesagt, in jedem Teil wirklich sehr gut, diesen Anfang zu machen. Also, es passiert ja, am Anfang hast du immer so eine Kleinigkeit, die dich neugierig macht. Und, äh, wie gesagt, Container, der quasi aus dem Nichts auf den Typen drauf fällt, ist schon was. Ja, mit dem Stau halt im Prinzip. Ja, mit dem Stau auch noch. Mit dem Stau auch noch. Und, bitteschön, der, äh, das Ding her. Aber nachher sieht man halt dann, wenn man das Bild größer ist, dass da durchaus noch ein Kran mit dabei hängt, der halt den, den, den Container nicht mehr halten konnte. Und, was ich halt eben auch sehr witzig finde, ist, also, auf dem Container steht ja Krawall. So quasi als, ja, das ist die Firma Krawall oder sogar quasi Horsten Kran Wallner. Also, wer sich das auch immer ausgedacht hat, auch hier lobt dafür. Ja, definitiv. Das finde ich auch ein sehr lustiges Wortspiel. Ich würde, glaube ich, darauf tippen, dass es vielleicht auch in der Romanvorlage so ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Und mit diesem abstürzenden Container kommen wir zu unserer, ich würde sagen, ersten Rubrik, nämlich Niederkalt, Tatort Niederkaltenkirchen. Tatort Niederkaltenkirchen Der Film beginnt, wie der Vorgänger auch, gleich mit einem Verbrechen. Und dieses Mal ist es kein Graffiti, sondern wirklich ein Mann, der unter einem Container vergraben wird. Quasi wortwörtlich platt gemacht wird. Und es ist ja, wir erfahren es ja später, nicht das erste Opfer, was es gab. Und ja auch nicht das erste, was es geben wird. Wir haben es ja hier im Groben gesagt mit einer, wie soll ich sagen, Familientragödie zu tun. Ja, es stimmt. Also, diese eine Familie, die hat Schicksalsschläge noch und nöcher. Ja, also, ich glaube, der Vater war der erste, der quasi beim Unfall stirbt. Also, er ist halt irgendwie Handwerker und wollte irgendwie den Ofen anschließen und stirbt halt durch den Stromschlag. Genau, und dann stirbt der Sohn eben durch den Container und die Mutter wird dann, hängt sich am Baum oder wird er hängt am Baum gefunden. Die war halt eh schon depressiv, nachdem er im Amor gestorben ist und so quasi jetzt dann auch der Sohn und jetzt war halt die einfach nicht mehr so lebensfroh. Und hier eine Sache, die ich absolut amüsant finde. Bei einem ernsthaften Krimi würde mich das echt stören, aber bei einer Krimi-Kanalkomödie wie jetzt hier bei Eberhofer passt das wunderbar. Aber der Moracek, der Krimi-Stellen vom Eberhofer, der ist ja wirklich so, ach, es war ein Zufall, das kann schon mal passieren, wo ich mir sage, ja klar, der erste Unfall da mit dem Herd, ne, einfach sich für den Elektriker gehalten und die falschen Anschlüsse gesetzt, zack, bumm, tot, okay. Das mit dem Container ist auch so eine Sache, okay, seltsam, aber wenn dann innerhalb von drei Tagen der nächste dann stirbt, aufgehangen irgendwo, dann würde ich mir auch schon die Frage stellen, so ganz koscher Kopf, wenn das nicht vor. Ja, es ist halt, der Moracek wird einfach keine Mehrarbeit haben, weil wenn es wirklich das alles Verbrechen war, dann müsste er ja vielleicht einfach was hakeln und das wäre ja eine Tragederie an sich schon mal. Ähm, und ja, aber ich finde, es wird auch mit was für einer, für eine Bestimmtheile, das sitzt und sagt so, ja nö, also dass da jetzt innerhalb von einer Woche drei Leute, die in der Familie gestorben sind, unter sehr merkwürdigen Umständen, das ist ganz normal, dass was die Todeschein trifft, also keine Ahnung. Ja, also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass der Eberhofer, also der Franz Eberhofer ein kriminalistisches Genie ist, aber im Gegensatz zu Moracek hat der halt in dem Film ja fast schon Lust, diese Mordfälle aufzuklären. Ja, es ist irgendwas an Moral, diese Fälle aufzuklären, was auch immer es ist, auf jeden Fall setzt der sich dafür ein oder ermittelt auf eigene Faust dann, wie auch im Ersten eigentlich schon, dass diese Mordfälle aufgeklärt werden. Oder wenn es ein Mordschild gehen würde, würden die wahrscheinlich einfach bei den Atten landen und lieber drüber klären würden. Ja, also es gilt ja immer noch am Anfang glaube ich mal als Unfälle, weil er will halt dem auf die Spur gehen, weil er halt sagt, naja, also eben drei solche Unfälle in der gleichen Familie ist halt schon verdächtig und er will halt einfach ein bisschen mehr ermitteln. Aber er ist halt der Einzige, weil alle anderen sagen, naja, waren halt einfach Unfälle und dass sich jetzt so die Mutter hängt, nachdem halt da schon zwei gestorben sind, wen wundert es so in der Art. Auch kein Wunder, ja genau. Ja, wobei man auch sagen muss, also ich finde auch diese Kriminalgeschichte ist sehr rudimentär, denn es passiert relativ das, was wir schon von anderen Geschichten ähnlicher Art erfahren. Es gibt dann noch einen Überlebenden in der Familie, der plötzlich zu Geld gekommen ist und da mit dem Ford Mustang umherfährt. Und dann gibt es eine Truppe, die jetzt endlich auch bei Eberhofer Einzug erhält, nämlich die Truppe der Femme Fatou. Und die heißt hier nicht einfach nur Chantal oder Pierrette, nein, sie heißt Mercedes de Champs Sunlighter. Sunlighter, na Gott, die Mercedes. Oder wie der Anna so schön sagt, der Ferrari. Genau, der Ferrari, gespielt von Janetta Hain, die ich zuletzt gesehen habe in der recht sehenswerten Prime-Serie Luden. Und die taucht hier dann in Niederkaltenkirchen auf und verdreht den Männern gehörig den Kopf. Ich muss sagen, egal ob bei der ersten, zweiten oder dritten Sichtung, das macht schon irgendwie Spaß. Aber auch hier, finde ich, ist die kriminelle Handlung halt wirklich alles andere als, sage ich mal, kreativ, als wirklich überraschend. Ich finde, dass diese Handlung auch in relativen Bahnen verläuft, wo sie, um es ganz böse zu sagen, sehr vorhersehbar ist. Aber wir haben ja schon mal im letzten Cast herausgefunden, wir gucken diese Filme ja nicht für die Kriminelle an. Ich meine, da kommt halt ein Dorf, da kommt so eine Zuzugende daher, die irgendein altes Anwesen draußen am Stadtrand geerbt hat, was alles auch schon irgendwie nach Friedhof ausschaut dort. Und auf einmal sterben halt irgendwie drei Leute. Und natürlich denkt sich, da darf keiner was davon, weil die ist ja so lieb und die ist ja so nett und die ist ja so schön. Aber wenn das Zuschauerinnen und Zuschauer sitzt davor und denkt sich so, wie offensichtlich wolltest du das noch machen? Ja, aber die schmeißt sich ja also auch mit voller Wucht quasi an die Polizei hin, also an Eberhoff und der fällt halt in dem Fall, also so schlau wie er an manchen Sachen ist als Ermittler, also da ist er halt einfach blind. Ja gut, aber ich meine, sie verdrehen ja auch gehörig den Kopf, also da gibt es ja auch dann auch großes Liebestrauen mit der Susi. Und dann findet er eine Zuflucht bei ihr und lässt sich da dann doch einigermaßen um den Fingerwickel von ihr zumindest am Anfang. Ja, durchaus. Also das ist halt wie gesagt alles sehr, sehr klassisch, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Figur halt so mit reingeführt wird, um halt einfach ein bisschen mehr, noch mehr Pepp in die Handlung zu bringen, damit wir noch neue Verdächtige haben. Aber ich finde halt, sie schaffen es nicht, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade im Dunkeln tappe. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, was hier gerade Phase ist. Natürlich kommt dann am Ende noch raus, wer die Täter sind, aber auch diese Auflösung ist halt ähnlich wie bei Dampfnudelblues so, wo ich denke so, ja, es ist halt zweckmäßig. Und dann gleiche schön wie Dampfnudelblues. Dampfnudelblues hast du halt auf einmal diesen Schlüsselhaberer da, der die Tür aufsperrt und denkst, ist okay, warum fühlst du dir das ein? Genau, deswegen fühlst du das ein, jetzt hast du halt sie da und du weißt ganz genau, warum muss ich sie einführen. Ja, und man muss ja sagen, ich meine, sie ermitteln da wieder beide drauf. Also der Franz und natürlich sein Best Buddy, der Rudi. Aber wer bringt den ganzen Fall ins Rollen oder wer gibt den entscheidenden Tipp? Die Oma. Ja, die Oma, zu der wir gleich noch kommen, aber was wir schon mal sagen können, wir haben eine neue Oma, nämlich wir haben das erste Mal Enzi Fuchs in der Rolle der Oma, die diese Rolle dann auch jetzt bis Rera-Gouronne-Vous auch weiterhin spielt. Ich weiß gerade auch nicht, warum es zu diesem Rollenwechsel kam. Ich muss aber sagen, nichts gegen die Vorgängerdarstellerin, aber die Enzi Fuchs ist irgendwie, die wirkt irgendwie mehr Oma. Ja, die erinnert mich auf mich an meine Oma, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und sie ist irgendwie, man ist jetzt irgendwie schon gewohnt halt nach den ganzen Filmen und deswegen, nachdem die andere nur einen Film hatte, wenn ich an die Eberhofer-Oma denke, denke ich auch an sie. Ja, das ist wohl wahr. Ansonsten nochmal zum Kriminalfall an sich. Es ist glaube ich das erste Mal und es kommt auch gar nicht so häufig vor in der Reihe, dass wir Niederkaltenkirchen verlassen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir mal nach München fahren oder Landshut oder so. Nein, wir gehen in die Sonne. Und das hat mich wirklich ein bisschen, also jedes Mal, wenn ich ihn gucke, überrascht es mich, denn ich dachte mir immer, okay, der ist der zweite Teil, der war schon relativ erfolgreich, kam auch in die Kinos und der sieht auch ein bisschen besser und schöner aus als der Vorgänger. Aber dass sie gleich im zweiten Teil so für einige Zeit Niederkaltenkirchen verlassen, um nach Teneriffa zu gehen, hat mich dann, also überrascht mich. Ich liebe ja alles daran, also sie kommen irgendwie drauf, dass in dieser Mercedes mit ihrem Architekt und Anführungszeichen, der eigentlich da irgendein Lieferant ist. Der Snowfrostfahrer. Genau, der Snowfrostfahrer, dass die den... Worauf das für eine Parochie sein könnte, ich weiß nicht. Ja, dass die den überlebenden Sohn von der Familie halt um 450.000 Euro bedroht haben mit ihrer Immobilienfirma und dass die mittlerweile eben in Wuffling sind, Teneriffa, der Riff genau gemeldet ist. Und natürlich hat der Rudi zufälligerweise mit seiner Freundin einen Urlaub in irgendeinem Luxusressort dort gebucht und macht natürlich, wie passend, kurz davor mit seiner Freundin Schluss. Ja, nicht so ganz, aber man muss dazu sagen, sie ist nicht seine Freundin. Also der Rudi ist ja jetzt ein Direktiv. Und er wurde beauftragt quasi von einem Typen, dass der, dem seine Frau überwacht, weil er meint, dass die fremd geht. Und was macht der Rudi? Das macht er dann ja auch. Aber er fängt dann mit der Verdächtigung halt eine Affäre an. Genau, genau, ja. Genau, und dann macht sie wieder mit ihrem Schluss, weil der Mann anscheinend ein bisschen eifersüchtig ist und wieder um sie kämpft und deswegen geht es wieder zu ihrem Mann. Und deswegen irgendwann da das Romantikhotel, dieses Romantik-Suite hat er jetzt für sich und für den Franz. Genau, und dann will der Rudi dann Eberhofer überzeugen, wieder mit ihm mitzufliegen und Eberhofer hat gar keinen Bock, aber macht es im Endeffekt doch. Und ich liebe es dann, wie sie in diesem Hotel sind und der Rudi das in allen Zügen genießt und der Eberhofer immer mit langem Jeepshemd und langer Hose dort herumregt bei gefüllten, wahrscheinlich 45 Grad oder so. Und dann ist alles so richtig, richtig abfuckt. Und ich meine, ich mag dieses, das ist ein sehr schöner Kontrast, der Wort. Und wird ihn auch beim Essen dann sitzen lassen und alles, es ist herrlich. Ich liebe diese ganze Urlaubsszene, finde ich einfach nur genial. Ja, das Finale ist dann aber wieder in Niederkaltenkirchen, nämlich wir haben dann im Laufe der Handlung erfahren, dass die Mercedes gar nicht Mercedes heißt, sondern Alexandra. Und sie dann den Eberhofer in eine verlassene Kirche lockt. Aber das ist doch auch in der Teneriffa, oder? Genau, er fährt ja vorher noch von der richtigen Sonnenleitner, dass die gar keine Tochter hat. Und dann ist sie halt schon verschwunden und dann kommt raus, dass halt diese Immobilienfirma den Sitz in Teneriffa hat und dann fährt sie nach Teneriffa. Und da lockt es ihn dann irgendwie so außerhalb in die Falle. Genau, und das ist auch ein Motiv, was ich glaube, wir in relativ vielen Eberhofer Filmen haben, dass am Ende Eberhofer meistens mit Rudi zusammen festgehalten werden von den Bösen, die dann diese Zeit auch nutzen, um diesen obligatorischen Monolog zu halten, wegen, ja, unser Masterplan war eigentlich das und das. Ey, dem hat sich auch schon James Bond und alle anderen Filme beähnigt. Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, denn es ist halt jedes Mal auch immer sehr unterhaltsam. Weil auch hier ist es so der Fall, dass ich auch das Gefühl hatte, dass der Eberhofer weiß halt schon, was abgegangen ist und der will das auch gar nicht hören. Der ist dann auch so nach dem Motto, ja komm, mach hin, ich hatte auch was anderes. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, aber wenn man mal darauf achtet und wir haben halt, wie gesagt, alle Filme bis auf den letzten jetzt mehr als einmal gesehen, ist es schon wirklich so, dass es meistens wirklich so endet, dass Rudi und Eberhofer dann irgendwie, ich sag mal, matt gesetzt werden von denen oder den Täter. Ja. Und sich dann entweder rauskämpfen müssen oder halt eben, wie in diesem Falle, dass dann noch die Polizei dann kommt und ihn zu Hilfe kommt. Das stimmt, aber das ist ja auch so. Also er kriegt alles erzählt und dann wird der Eberhofer mal in den Sessel gefesselt und die anderen glauben schon, sie sind halt irgendwie erfolgreich gewesen. Und dann natürlich aus der Kirche raus und der steht doch der Rudi-Sams-Polizei. Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Winterkartoffelknödel, unsere Überschrift Tatort Niederkaltenkirchen ist hier nicht ganz korrekt, denn wir müssten auch hinzufügen und Teneriffa. Ja. Stimmt. Ja. Obwohl die Verbrechen ja eigentlich in Niederkaltenkirchen bis hin und es auffliegen bis in Teneriffa. Ja, aber das ist wie du weißt, Niederkaltenkirchen ist eine Weltstadt. Da werden die Verbrechen auch mal in Teneriffa geklärt. Ja. So, was ist so eure Meinung zu dem Kriminalfall an sich so? Also wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt kein Qualitätskriminalfall, aber ich glaube, das kriegen wir auch nie serviert bei Eberhofer. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte mit dem ersten Kriminalfall irgendwie schon ein bisschen mehr Spaß, weil er, glaube ich, einfach ein bisschen mehr mit den Figuren gemacht hat. Also zu den Nebenfiguren kommen wir gleich, die werden hier auch ordentlich eingesetzt, nur im ersten Teil hattest du einfach mehr Interaktionen, dass die auch mit dem Kriminalfall was zu tun hatten. Es ist halt, ja, du hast halt doch quasi die ganze Familie, weil es wird quasi die ganze Familie ist am Schluss nicht mehr da. Und das passiert nicht alles ziemlich schnell, ohne dass du diese Familienmitglieder wirklich kühlerlernst. Ja. Ja, ich finde auch, also, ich finde von beiden, die Anfänge sind so wie das, die Axt am Kriminalfall, der stirbt, der Sauen, wie der Container da runterfällt, das sind sehr, 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 sehr starke Anfänge. Und ansonsten, ob es jetzt um den Sexkeller von dem Direktor oder um den Immobilienbetrug geht, ist aber, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ziemlich egal. Dann lassen wir mal den Kriminalfall so ein bisschen hinter uns und kümmern uns mal um den Rudi und die ganz andere Bagage. Der Rudi Und der ganze andere Haufen Wir haben es schon gesagt, dieser Film bringt Eberhofer und Rudi noch ein bisschen mehr zusammen, nämlich nach Teneriffa. Aber der Rudi, wobei, das sollte man noch kurz erwähnen, das fand ich interessant, wir haben ja schon seine Freundin erwähnt, die er eigentlich beschatten sollte und mit der zusammengekommen ist. Und die wird ja gespielt von Monika Gruber, die wir ja nicht zum ersten Mal jetzt gesehen haben, denn sie spielte in den nachfolgenden Filmen noch mit. Ich glaube aber in einer anderen Rolle, oder? Oder glaubt ihr, das ist dieselbe? Nee, also ich glaube, also in dem Film spielt sie ja, also in dem Winterkartoffelnudel, das ist quasi ihr erster Auftritt und da spielt sie ja, würde ich jetzt mal schon behaupten, eine wohlhabende Person und irgendwie so quasi ein bisschen, würde ich mal behaupten, das ist ein bisschen was Besseres. Und jetzt spielt sie ja eben bei Redaguru-Randevo wieder mit und da ist halt, also ist sie halt quasi nur eine Verkäuferin in irgendeinem Tierbedarfsladen. Also das ist aus meiner Sicht wirklich nicht die gleiche Rolle. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch eigentlich komplett vergessen, dass sie im Winterkartoffelnudel mitspielt. Ich sehe es nun gerade auf der Wikipedia, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber was ich wirklich verblüffend fand, ich dachte ja immer so rückschaumäßig, dass dieses, ich nenne es mal der Flötzinger-Hype, das Flötzinger-Fieber, so kann man es nennen. Flötzinger-Fieber. Ja, dass das erst so mit späteren Filmen sich so herauskristallisiert. Also zum Beispiel bei Google-Gupf-Gespaar, da gibt es ja sogar ein ganzer Rap von Flötzinger. Und ich war jetzt erstaunt, dass es jetzt im Winterkartoffelnudel bereits einen, ich nenne es mal eine Flötzinger-Sequenz gibt, die sehr, sehr herausstechend ist, weil sie sich so ein bisschen, also es wirkt fast so ein bisschen wie ein Kurzfilm im Film. Denn der Flötzinger hat, sagen wir wie es ist, er hat so ein bisschen Liebeskummer, er ist alleine und da kommt natürlich die Mercedes, die Femme Fatal gerade richtig. Und in Wolfis Wirtshaus gibt es dann einen, ja, ich würde sagen, vielleicht der Flötzinger-Moment aller Flötzinger-Momente für mich. Denn zu dem wunderschönen Song Sexualverkehr vom großartigen Christian Steifen darf, wie heißt der, Daniel Christensen als Ignaz Flötzinger alles geben. Und ich habe diese Szene wieder sehr genossen. Ich hatte sie tatsächlich komplett woanders verortet, also mehr so in den Teilen 4, 5, 6 und hier in Teil 2. Ich war sehr überrascht, wie ich noch mal davor gesessen bin und bin dann da so, wait, das ist jetzt schon im zweiten? Das ist das Schlimme, je öfters man den Film sieht, desto mehr bringen muss durcheinander. Ja, aber wirklich, ich dachte wirklich so, also wenn es im dritten oder vierten passiert, wäre ich gesagt, ja okay, sie haben jetzt gesehen, dass der Flötzinger halt besonders gut ankommt und sich auch gut eignet für diese, ich sag mal, kleinen, ja, Comic-Relief-Momente. Aber das ist im zweiten Teil schon mal, ich war echt ein bisschen baff, muss ich sagen, wirklich. Ja, same. Aber das ist eine, auch eine unvergessene Szene, wie sie dann in diesen Wirtser sitzen und der Flötzinger anfängt sich so einverkehrt zu singen und man sitzt davor und denkt sich so, habe ich gerade mit ihm und seinem Vater was geraucht oder was sehe ich da? Ja, ja. Und dann auch mit den Kostümen, alle anderen machen mit und man dann so die Backgrounds singen und das ist halt so Playback quasi gesungen, aber es ist halt, es ist der Wahnsinn. Wobei, was ich halt wirklich noch ein bisschen lustiger finde, ist so eine ganz kleine Szene, aber zuvor fällt der Flötzinger ja auf dem Stuhl. Und ich finde das so geil, wenn der so nach und nach rutscht, aber er hält das Bier noch fest. Das sieht so toll aus, weil er so richtig so wusch, aber das Bier hält er fest. In Bayern, hallo, da passt man auf solche Sachen auf. Aber so eine Szene habe ich als letztes auch in der Bar erlebt, dass einer oben gefallen und das Bier hat aber noch kalt und dann hast du so ein Freund gemacht, dass das Bier aus der Hand nehmen, vor dem Käufen hat. Wieso? Also, zuerst wenn das Bier aus der Hand genommen hat, dann wird dem Freund abgeholfen. Ja, also man erfährt halt durch diese Szene halt, wie gesagt, der Flötzinger ist halt so ein kleiner Womanizer, ja, also er hält sich für einen, er glaubt's, ne, und ich finde es halt ganz charmant, dass diese komplette Szene aus der Sicht von Flötzinger gedreht worden ist und er hält sich halt einfach für den größten Charmeur, wobei ich es dann immer noch ganz toll finde, dass er trotz allem noch die Brille aufbehält, aus seiner Sicht. Ich glaube, wenn es, das wäre mal interessant, so eine Szene zu sehen, einmal aus der Sicht von Flötzinger und einmal aus einer eher objektiveren Sicht. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Ich glaube, da würde man einfach einen kleinen Gas-Wasser-Heizungs-Ensatz sehen mit sehr dicken Brillengräsern, wie er irgendwie auf dem Stuhl hockt und... Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das ziemlich akkurat. Ja. Dafür, also es gibt, wie gesagt, diese eine große Flötzinger-Szene in Wolfis Würzhaus, das heißt, wir sehen auch wieder kurz Wolfi, wir sehen auch den Stefan Zinner als Simmerl, den Metzgermeister. Trotz allem würde ich sagen, dass Winterkartoffelknödel, was die Nebenfiguren angeht, eher zweiklassig daherkommt. Also, da gibt es spätere Filme, die machen damit dann schon mit. Ja, das stimmt. Oder siehst du das anders? Nee, das stimmt schon. Wie gesagt, ich bespreche mal später noch im Winterkartoffelknödel, nee, im Griesnokal-Affierde, da gibt es meine Lieblingsszenen mit dem Metzgermeister. Hat das was mit dem Auto zu tun? Ja. Das ist sehr schön. Ja, und ja, ich glaube, da ist dann ein bisschen mehr die Familie dann von ihm halt einfach im Fokus. In dem Film Metzgermeister, bei Winterkartoffelknödel, aber ja, also ich glaube, die Szenen, die man mit Erna sieht, die sind aber on point, finde ich. Ich finde, dass Papa Eberhofer eine einigermaßen große Rolle in dem Film hat. Also, zuerst mal hat er ja einmal Hurt und hat sich ein zweites Sechen gehabt. Darauf wollte ich gleich noch so sprechen kommen, ja. Und muss dann von seinem Sohn und seiner Mauer ins Krankenhaus gefahren werden, während sie aber die Szenen, also den Korb geben und kühlen und den aber am Auto stehen lassen, während sie fahren. Und das ist auch eine, also, dann war echt so gedacht, Therese, der Eberhofer, der sie nicht fahrt wie du. Also. Aber er macht es besser als ich, aber bei mir war garantiert, das kann ich mal wegfohlen. Okay, ja, das hast du gesagt. Aber das ist eine, das ist eine sehr schöne Sache. Ich finde dann auch, also, man muss zu sagen, das Haus, was in dieser Familie gewohnt hat, wo diese drei Leute tot sind, der überbliebene Sohn verkauft das dann ja an eine übernehmende Immobilienfirma eben von der Metz, die dann um das Geld bescheißen, oder damit es eine Tankstelle wird. Und ja, der Papa Eberhofer ist ja ein sehr großer Hippie. Und dem taugt es halt gar nicht, dass da in seinem Ordner eine Tankstelle gebaut wird, diese bösen Ölkonzerne. Das geht gar nicht. Und wir dann mit seinem Verband am Fuß, weil er eben halt zwei Zichen gefehlt hat, also fehlen, wir dann dahin zu dieser Baustelle erkumpelt und dann mit Fahrballons und Megafon er und die Oma Eberhofer, die einzig zwei sind, die dagegen diese Tankstelle demonstrieren, ist auch sehr, sehr schön. Und während der Franz gerade irgendwie diese Tankstelle-Foodster befragt hat, was er bauen wollte, und sein Papa von hinten die ganze Zeit, welche Taballons auf die Tankstelle, also auf den Umbau halt wirft, wo er das bauen werden soll, und die Oma ihn richtig unterstützt. Ja, und vor allen Dingen die anderen sagen dann, er möchte uns den jeder mal verhaften. Und er so, nö, Versammlungsrecht. Ja, genau. Das ist ja auch so noch mit so einem, ich sag mal, so einem Running Gag, den sie ja auch wirklich dann noch aufrechterhalten, auch in den nächsten Teilen. Was ich ja schade finde, weil ich ja den Running Gag im ersten Teil so mochte, mit, dass der Rudi sich was bestellt und immer anneidisch ist, auf das, was der Eberhofer dann bekommt. Das ist schon schade, dass sie das irgendwie liegen gelassen haben. Ja, aber ich muss sagen, dass der Eberhofer, glaube ich, den größten Freundschaftsbeweis in diesem Film, wenn Rudi bringt, nämlich er bietet ihm eine von seinen Leberkassenmel an. Stimmt, das ist Liebe. Ja, also ganz ehrlich, das ist wirklich Liebe. Davon träumt die Susi nach. Ja, das ist. Aber die ist mir am meisten leid, weil die hat jetzt ja im Film davor, hätte sie quasi so einen netten Italiener kennengelernt und dann hat sie es jetzt doch nur für den Franz entschieden und dann halt scheißt sie es mit der Mercedes. Das ist nicht sehr nett. Ja, also die Susi tut mir auch irgendwie leid, weil ich mir auch denke, Kind, merk es doch endlich. Du, ich glaube, dass der, ich glaube ja wirklich, dass der Franz die Susi wirklich total lieb hat. Aber ich glaube, der schafft es einfach nicht, das zu äußern. Dafür ist der einfach nicht der Typ. Und ich glaube, dass die Susi da irgendwie ein bisschen was anderes sucht, vielleicht auch was anderes braucht. Aber so viel können wir ja verraten. Sie bleiben ja wirklich ein Paar. Es gibt ja noch ein paar Irrungen und Wirrungen im Laufe der Reihe. Aber das kann man sagen, sie bekommen ja auch irgendwann ein Kind. Und irgendwie, ich weiß auch nicht so. Dem Paul. Grüße an den Paul. Aber gut, das gehört hier noch nicht hin. Aber Susi ist auf jeden Fall, sie tut mir vor allem in den ersten Eberhofer-Filmen immer echt ein bisschen leid, weil ich mir immer denke, das ist eine Frau, die hat ja durchaus auch was vor mit ihrem Leben. Ja, die hat ja auch Träume und die möchte ja auch was erleben. Und dann hast du halt als Partner einen Typen, dessen größtes Highlight ist, dass er sich morgens den süßen Senp aufs Leberkäsbrötchen schmiert. Aber das macht er mit viel Liebe. Ja. Das macht er mit Liebe, ja. Aber ein Heiratsantrag von Eberhofer, uh. Ja, weißt du. Aber ich meine, aber man muss auch, also sie wird mir auch immer mega leidfallen mit den ersten, weiß ich, zwei, drei, fünf Minuten oder so. Weil sie halt wirklich, weil sie halt wirklich da von Eberhofer-Filmen gelassen wird. Aber man muss auch sagen, sie weiß ja auch, was sie sich einlässt. Also er verheimlicht ja auch nicht so, wie er ist. Ja, stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Was wir noch kurz erwähnen können, das sind jetzt keine richtigen Nebenfiguren. Also wir wollen ja hier Nebenfiguren nur erwähnen, die auch wirklich dann in den nächsten Teilen noch vorkommen. Aber ich fand diese eine Szene ganz schön. Es wird nämlich ein Interview geführt, eine Befragung mit dem Kranführer, der, glaube ich, aus Albanien kommt. Und dann gibt es einen Dolmetscher. Ja, und der hat eine sehr interessante, ja, ich möchte sagen, Arbeitsethik. Und der kommt mit Eberhofer, krachen die dann so ein bisschen zusammen. Und ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, dass Eberhofer vor allem in den ersten Filmen relativ schnell an der Dienstbahn kommt. Ja, man muss ja sagen, für den Zuschauer ist die Szene ja heute eben sehr lustig, weil man halt, also die albanischen zwei, die sprechen halt in ihrer Muttersprache und für den Zuschauer wird das halt unten übersetzt. Für den Eberhofer halt nicht. Weil der Übersetzer ja, also die reden drei Minuten und dann so die Antwort, wo er auf die Fragen gibt, ist, Nein. Ja, genau. Und du fragst ihn halt so, was haben die diese drei Minuten lang geredet? Und der Dolmetscher beleidigt den Kranfahrer auch nur so für wirklich drei Minuten straight halt einfach so, ja, was hast du auch für bla 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 und was weiß ich. Und es stellt die Frage auch gar nicht, weil die der Eberhofer eigentlich gestört hat. Und beleidigt ihn halt einfach so drei Minuten einfach straight durch. Es gibt eine Figur, eine Nebenfigur, die in jedem Teil vorkommt und die wird gespielt von einem gewissen Thomas Kügel. Und diese Figur ist einfach toll, weil es ist, glaube ich, die einzige Figur in der gesamten Reihe, wo es mir jedes Mal ohne irgendwelche Ausnahmen komplett gefällt, wenn der Eberhofer ihn also einfach so hinten, also rüberfällen lässt. Also zum Beispiel der Ruby tut mir halt ganz oft leid, die Susi tut mir oft ganz leid, aber wer mir nie leid tut, ist der Bürgermeister. Weil ich mag dieses Machtkrieg, Gekeife zwischen ihm und Eberhofer. Und man muss ja sagen, der Eberhofer gewinnt ja meistens. Also gerade, wie Dekati hat es schon gesagt, am Anfang wurde ja Eberhofer zum, ich nenne es mal, Schülerlotsendienst versonnert. Und das fällt dem Bürgermeister ja auch relativ schnell auf die Füße. Ehe nicht so schnell wie ein, naja, ein Container auf den Kopf. Also der Eberhofer dann einmal übertreibt, weißt du schon, also der wartet dann wirklich da dreiviertel Stunden halt den Verkehr auch, nur damit da jedes Kind einzeln rüberkommt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne vom Bürgermeister gewesen. Und so tut er den immer wieder aushebeln, weil er halt dann einfach Ende seinen Job zu genau nimmt, damit er genau weiß, dass ein Bürgermeister das wieder aufregt. Also das macht er dann schon mit Absicht. Aber ja, das muss halt damit rechnen, wenn so ein Eberhofer halt als Polizisten da in den Ort holst. Und ich meine, das ist das erste, das letzte Mal, dass sie ineinander geraten. Und wie gesagt, das ist meistens Winter-Eberhofer. Das ist dann einfach auch, indem man sich auch im Scheißegal bei der Kälte daraus stundenlang hinstellt und alle Autos abfällt. Das ist ihm dann egal. Der ist dann stur, das zieht dann durch. Habt ihr noch irgendeine Nebenfiguren, über die ihr mit der Kartoffelknüdel reden wollt? Ähm, ich glaube, weil so der, also vom, 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 äh, Simmel, der, 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 der Sohn, der hat ja eigentlich keine, keine Rolle in dem, oder? Nein, aber in. Dann wird das in den späteren wieder. Ja, aber ich glaube, das war jetzt der erste Film, wo der Ludwig vorkommt, der Hund. Oh, okay, das ist das, das habe ich mir auch schon. Kommt der Ludwig das denn vor? Ich glaube, dass er da jetzt schon vorkommt. Ich glaube nicht. Doch, weil ich glaube, er kriegt den Knödel. Wir sind top vorbereitet. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm. Bringst du komplett daran an, das Film war ein bisschen sicher. Mein Gott, nein. Ich glaube nämlich nicht. Na doch, natürlich ist der Ludwig dabei, weil der Ludwig geht ja auf den Hund von der Mercedes los. Ja, stimmt. Der hat so einen kleinen Kleffer. Ja. Ja, genau, das war es nämlich. Ja, stimmt. Es wird in dem Film doch mal gepimpert. Stimmt, ja, doch, stimmt. Stimmt, ja. Stimmt, und dann werden der Eberhofer und die Mercedes da jetzt echt den Mächel machen, da liegen ja auch der Ludwig und ihr Hund dann in den Körper. Ja, stimmt, stimmt. Also du sagst, es ist wieder da. Beim Teleshoppisch habt ihr es zuerst gehört, Ludwig feierte sein Karriere im Winterkartoffelknödel. Gern geschehen. So, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach diesen ganzen Nebenfiguren habe ich Hunger. Oh ja, sehr gerne. Frau Eberhofer, Ihre Winterkartoffelknödel sind Balsam für die Seele, sagt Rudi Birkenberger. Und damit hätten wir auch schon erklärt, warum der Film so heißt. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie geil, diese Titel und dann immer diese Begründung, warum die so heißen. Und es ist letztlich vollkommen egal eigentlich. Ja, und einmal verlässt du das Satz, irgendwie so, Mai, du bist so bloß wie ein Winterkartoffelknödel. Genau, genau. Ich muss sagen, ich, also Winterkartoffeln, ich wusste nicht, dass sie anscheinend so bleich sein sollen und dass es da für eine Spazialität geht, weiß ich auch nicht. Ich muss auch sagen, dass der Film kulinarisch bei mir jetzt keinen so großen Eindruck hinterlassen hat, aber vielleicht geht es euch ja anders. Nein, es ist schön eigentlich. Ja, also es gab halt damals den Braten, wo da der Kartoffel dabei war und ich glaube, es gibt schon eben so Frühkartoffeln und so, also Sommer- und Winterkartoffeln und ich glaube halt wegen Winter und weil es halt eh da wenig Sonne gibt, sind halt die Kartoffeln aus dem Winter halt auch eben blasser und deswegen ist er halt eben auch so blasser wie ein Winterkartoffelknödel. Also ich kenne normale halt Elfknödel oder so, aber ich wusste auch nicht, dass es da spezielle Wintersorten oder so gibt, keine Ahnung, das war mir nicht bewusst. Also das wusste ich schon, dass es quasi einen gibt, den man mehr so früh erntet und die anderen halt eben später oder so, also das wusste ich jetzt schon, aber es macht Sinn. Ja, also ich muss auch sagen, so kulinarisch gesehen fand ich den Film tatsächlich nicht so interessant, also er hat, also nach der Sichtung, weiß ich noch, da hatte ich keinen Hunger. Das ist immer so ein Zeichen, es gibt halt Eberhofer-Filme, danach habe ich riesen Kohldampf und Hunger. Es gibt einen Eberhofer-Film, danach ist mir eher schlecht. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Ja, da kommen wir dann später zu, also in späteren Ausgaben. Ich möchte aber ganz gerne nochmal auf eine Sache eingehen, weil ich kann jetzt endlich mal ranten. Und zwar gibt es ja hier eine Firma namens Snowfrost. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was darauf das anspielt. Nein, da hat auch keine Ahnung. Und meine Oma ist tatsächlich auch Kundin einer ähnlichen Firma. Ich weiß nicht, ich klinge irgendwie so ein bisschen ähnlich, ja, irgendwie Lowfrost oder so, keine Ahnung. Es gibt ja nur zwei Firmen, die ich kenne. Also ich kenne Eisfrau und Lowfrost. Ja, genau, genau. So, dann, gut. Und ich habe dann mal, es gab ja, es gibt immer diese Kataloge und ich weiß nicht, wie es für euch war. Als Kind habe ich diese Kataloge immer so durchgeguckt und habe mir überlegt, ach ja, das würdest du gerne mal probieren, ach, das sieht ja lecker aus. Aber letztlich habe ich davon nie was gegessen. Bis ich dann vor ungefähr drei, vier Jahren bei der Oma saß und sie diesen Katalog, den neuesten hatte und ich mir dachte, weißt du was, bestell mir jetzt was. Und habe mir dann meine Oma dann Geld gegeben und die hat mir was bestellt und das habe ich dann ein paar Tage später abgeholt. Und, ey, ungelogen, also ich möchte jetzt nicht, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das würd ich mal wirklich alte Leute essen, weil ich glaube, das hat kein Salz gesehen. Ich hätte so eine komische Tortellini-Pfanne oder so. Das war halt wirklich so geschmacksneutral und letztlich auch so überteuert. Es war echt schlimm. Also ich war wirklich nicht überzeugt und habe danach nie wieder was bei Slow-Frost bestellt. Habt ihr Slow-Frost-Erfahrung oder Eis-Erfahrung? Als Kind, also meine Mama war jetzt auch keine große Kunde, das war eher immer die Nachbarin. Meine Mama hat dann, ich glaube, es ist mir immer Eis bestellt, es gab da immer so kleine Erdbeerbecher hießen die, da war halt so Vanille-Eis mit so Erdbeerpüree drin und den habe ich geliebt. Und den hat meine Mama auch regelmäßig bestellt und es war auch das Einzige, weil sie die ganzen anderen Sachen auch nicht wollte und sie wollte auch nicht, dass da immer wieder der Typ kommt und halt so quasi, sie fühlte sich da immer genötigt, was zu kaufen und das wollte sie nicht. Das ist wirklich auch, was meine Mutter mir mal erzählt hat, dass sie es immer furchtbar fand, wenn die dann vor der Tür standen und dann muss man immer sagen, nee, ich möchte nicht. Und man ist ja immer gut erzogen und will nicht sagen, nee, ist es mir zu teuer oder nee, es schmeckt mir nicht, sondern dann kamen wir so aus, ja, wir haben noch so viel übrig, aber die Wahrheit ist, dass das Zeug halt meistens nicht geschmeckt hat, außer man hatte eine Aversion gegen Geschmack. Also das ist meine Erfahrung. Wenn ihr da draußen Erfahrungen mit Eisfrau oder Sturfrost habt, dann bitte teilt sie uns die mit in den Kommentaren. Dafür ist dieses Podcast-Projekt ja letztlich da. Eigentlich nicht, aber wir nehmen halt einfach alles, weil wie gesagt, ich finde Winterkartoffel Knödel ist kulinarisch gesehen nicht so, er bietet nicht so viel. Ja, bis auf den Liebesbeweis vom Iberhofer und Rudi mit der Leberkassem, ist da wirklich nicht viel dabei. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich werde euch beiden an Valentinstag das mal zukommen lassen. Musst du dir mal vorstellen, du hast so ein Pappherz, machst es auf und lauter so kleine Herz-Leberkärzen sind dann drin. Und in der Mitte eine kleine Tube süßer Senf. Ja, da habe ich ganz sicher meine Freunde mit. Als Vegetarierin gerade mit. Okay, dann würde ich sagen, können wir die Fallacto-Kulinarik auch schließen und kommen damit eigentlich schon zum letzten Punkt und auch der wird nicht so lang sein, aber was soll's, muss ja auch gemacht werden. Was der Preuße noch wissen wollte? Der Preuße, das bin wie gesagt ich und ich bin halt Preuße-Rheinländer im Gegensatz zu Katharina und Theresia. Das haben wir gar nicht am Anfang geklärt, aber ich glaube, ihr habt beide, also ihr habt alle Ohren, deswegen ist das klar. Und beim letzten Mal ging es ja um die Frage, ist Messi wirklich sowas Bayouarisches? Die Antwort bleiben wir euch schuldig, wir wollen ja, dass ihr die Folge noch hört. Und tatsächlich habe ich in Witterkartoffelknödel nicht so viele jetzt gefunden, wo ich dann gelegt habe, hm, da weiß ich nicht, was es bedeuten soll. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist ein Satz, den habe ich mir hier aufgeschrieben und ich habe mir vermutlich auch falsch aufgeschrieben, deswegen hoffe ich aber mal auf die Fähigkeit von Katharina und Theresia zu erziffern, was ich sagen will. Nämlich, es gibt eine Situation, da wird gesagt, das ist dir nicht ausgegangen. Das sieht nicht aus, das sieht nicht aus. Okay, aber ihr wisst, was ich meine, sehr gut, weil ausgegangen, also zum Beispiel die Kerze ist ausgegangen, das verstehe ich, ja, aber wenn mir jemand sagt, so ist hier was ausgegangen, ist hier das nicht aus, ihr wisst, was ich meine, da habe ich einfach, also was soll das bedeuten? Es heißt eigentlich nur, es ist nicht ausgegangen, heißt im Prinzip nur, dass man nicht die Zeit dafür gefunden hat. Es bleibt nicht, sozusagen, oder es bleibt nicht. Also, um es jetzt für die Zuhörer bildlich darzustellen, es ist quasi eine Szene, wo eben die Familie zusammen ist und wo die Oma sagt oder eben Enkelsohn dem Neopold vorgemacht, warum er die Panida und die Sushi, so sagt er, so sagen sie halt immer, nicht mitgenommen, man hat die 1,6 Uhr gekannt. Und dann sagt halt eben der Neopold, das ist sie nicht ausgegangen. Also quasi, es hat halt beim Pläne schrieben halt nicht geklappt. Ja, also, ich weiß nicht, bei uns in Österreich sagt man das, glaube ich, überall, also ich hätte es noch nie nehmen können, der nicht weiß, was das bedeutet. Und das heißt halt einfach, wenn es sich halt nicht ausgeht, wenn es sich halt nicht schafft, irgendwo hinzukommen oder zeitlich, die haben wir nicht geklappt oder was immer, du sagst, du solltest, es geht nicht aus, oder es geht ausgangs, oder es nicht kommen und habe können, dass, ich weiß nicht, wie man im Rest von Deutschland dazu sagt. Es gibt es natürlich auch im Positiven, dass man sagt, das geht sich aus. Ja, genau. Es gibt in beide Richtungen. Was ich auch noch einmal, wo ich auch herkenne, ist zum Beispiel, was weiß ich, du bekommst irgendwas zusammenbauen oder irgendwas machen und dann passt halt das drum nicht zusammen oder so, oder der Schrank passt da nicht rein, das, was ich vorher gemessen habe, dann sagt man halt auch, nein, das geht sich nicht aus. Oder wo es auch oft ist beim Einparken. Ja. Ja. Ob sich das Auto in der Parklücke ausgeht oder nicht. Okay. Ja, vielen Dank. Dann bin ich wieder etwas schlauer und habe wieder etwas in meinem Kopf, was ich vergessen kann. Ja. Das wird abgefragt. In der letzten Folge fragt war das alles ab, was wir nicht gelernt haben. Oh, das wäre tatsächlich interessant. Ich glaube, dann würde ich komplett versagen. Dann würde ich, glaube ich, wirklich komplett versagen. Ähm, aber gut. Was wir noch machen müssen, ist, äh, das Fazit. Und, äh, das habe ich ja schon gesagt, dass das Fazit kommt, aber trotzdem kommt jetzt der Einspieler. Das Fazit. Wir kommen zum Fazit. Und wir haben jetzt schon den zweiten Eberhofer Film hinter uns. Ja, da haben wir doch fast die Hälfte schon geschafft, würde ich sagen. Ähm, ähm, und einfach mal jetzt wieder gefragt, wie fandet ihr den Film an sich und, äh, wie fandet ihr im Kontext zu den anderen Eberhofer Filmen, beziehungsweise jetzt vom, zum ersten? Fandet ihr den besser als den ersten? Vielleicht gleich gut oder ein bisschen schlechter? Äh, Kathi, wie sieht es bei dir aus? Also, ich mag jeden Eberhofer Film. Ich glaube, das ist bei uns allen ein klassisches Film, wenn wir nicht ersetzen. Ja. Der macht, der macht mir Spaß. Wie gesagt, ich finde den Anfang einfach genial. Der Mordfall, ja, mei. Also, das ist jetzt nichts, was mich von den Sacken haut. Ich mag den Papa Eberhofer, deswegen finde ich da die ganzen Nebenkörperstrang mit ihm sehr, sehr unterhaltsam, immer sehr lustig. Dieses Flötzinger-Sexualverkehr-Ding ist halt einfach immer noch Nightmare-Fuel eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ich immer so lehne, wie er schlafen kann, ohne von dem zu träumen. Ich hoffe es. Ähm, wenn nicht, hoffe ich, dass er die stammische Therapie zahlt. Weil, wegen euch, ich hab das nochmal geschaut. Aber. Ich bin ja Therapeut. Oh Gott. Ja. Ich bin ja Therapeut. Ja, sehr wundervoll. Nein, aber, ähm, das ist jetzt keiner, den ich irgendwo, also, wo ich sag, das ist so mein, mein Lieblingsfuhl von denen, aber wie gesagt, auch keinen, den ich absolut schlecht finde. Das ist ein absolut solider Eberhofer aus Durch und Durch. Ja, vielen Dank. Ähm, ich quetsche mich mal dazwischen. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde den ersten Teil ein bisschen stärker einfach, weil er mir ein bisschen mehr bietet. Es gibt auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr im ersten Teil, an dem ich mich stoßen kann. Zum Beispiel diese ganze Sache mit der Frau Beischel, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Das gibt's halt eben jetzt, äh, mit der Kartoffelknudel nicht. Der ist, der ist polierter als der erste, der hat auch seine starken Seiten, der ist sehr vergnüglich, ähm, aber ich glaube, genau wie Dampfknudelblues wird der in meiner Top 3 der Eberhofer Film nicht vorkommen, aber das muss er nicht. Es ist trotzdem ein sehr vergnüglicher Film und, äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen von meiner Seite. Theresia, bitte. Ich kann jetzt auch nicht mehr recht viel mehr dazu sagen. Also bei mir ist er auch, also ich mag ihn auch sehr gerne, aber es ist auch nicht so unter den, den, den Top-Filmen aus der Reihe. Er hat wirklich, also, wo ich mit Kathi, ähm, einer Meinung bin, ein paar meiner echt wirklichen Lieblingsszenen auch drinnen, eben das mit, ähm, das mit, ähm, das mit Papa eben, oder halt auch diese, diese Musical-Einlage, wo es da, wo es da macht. Schade, dass, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich glaube, in allen Filmen ist die nicht dabei, muss ich jetzt selber mal da nochmal überlegen, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Der Mordfall, einerseits schon ein bisschen sehr düster, weil es eben die ganze Familie ist, aber es ist halt ein Eberhofer, da ist, es ist kein Tatort nicht, also da ist die Stimmung oder das Hauptsichtfeld auf, auf andere Sachen und dann trotzdem wieder gelenkt. Ähm, trotzdem auch sehr unterhaltsam, ich schaue den sehr gerne und, ja, ich hoffe, ihr auch. Ja, dann sind wir hiermit durch und, ähm, es bleibt mir noch übrig, eine Vorschau zu machen auf den nächsten Film. Das ist Schweinskopf-Aldente und der Film, das kann ich verraten, ist für mich, glaube ich, schon so ein kleines, so ein geheimes Highlight der Reihe, denn, was, was, was bietet er? Er bietet Psychopathen, er bietet einen Blick in die Vergangenheit, er bietet Männer in Schlafanzügen und, soviel sage ich auch noch verraten, ich finde, es ist, glaube ich, gleich der Eberhofer-Film, wo der Kriminalfall am prominentesten oder am zentralsten platziert worden ist. Also, was subtile stammt ist, Männer in Schlafanzügen und Kriminalfälle. So sieht es nämlich aus. Mehr dazu bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Denkt daran, Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Ich verabschiede mich, dann darf die Theresia Tschüss sagen und der Karte gebührt das letzte Wort. Tschüss. Servus. Tschau, tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.